Musik Weil es um euch geht, dürft ihr heute das Kinderreich eröffnen. Drei, zwei, eins, los geht's! Ja, super! Dann wünsche ich euch allen viel, viel Spaß im Kinderreich. Musik Wir erleben den Familientag bei der Eröffnung des Kinderreichs. Das Kinderreich musste umziehen, weil am alten Standort gebaut wird und wir für die Zeit der Baustelle von 2016 bis 2019 jetzt hier einen kleinen Unterschlupf gefunden haben. Musik Das Kinderreich ist die Abteilung der 3- bis 8-Jährigen in Begleitung Erwachsener speziell für sie vorbereitet. Die Kinder können im Kinderreich alles Mögliche erleben und machen, was mit Physik und Technik zu tun hat, unter anderem mechanische Spielereien, zerspiegelt. Wir haben eine riesen Gitarre, also Akustik und ganz toll und neu ist unsere Kugelbahn-Arena. Musik Und da machst du immer so einen Klack. Und wenn man langsam dreht, dann machst du keinen Klack. Und ich habe rausgefunden, von was der Klack kommt. Musik Wir machen Aktionen und Workshops eigentlich die ganze Zeit unter der Woche und wollen Wochenende viel öfter mit unseren Workshops aus ins Museum gehen. Musik Und jetzt tauche ich der Schöpf-Sieb ein. So, und jetzt schauen wir mal nach. Und hier habe ich jetzt den ersten guten Papier geschöpft. Musik 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 Ich muss nachdenken erst. Es waren so viele Stationen da. Mir hat es ganz, ganz, ganz gut gefallen. Wir auch. Wir haben gemalt. Da haben wir Figuren getan, Muscheln. Und mir gefällt noch die Gitarre. Die war richtig groß. Ich wünschte, ich bin groß. Dann kann ich die Gitarre. Man kann von ganzem den Ton hören. Wollt ihr wiederkommen? Ja, das war richtig gut. Ich auf jeden Fall. Oh, das war richtig cool. Und wieder schenken die Luftballons. Wie heißt die Interessante? 3, 1, los geht's. Ja, super. Dann wünsche ich euch allen viel Spaß im Kinderreich. Wir erleben den Familientag bei der Eröffnung des Kinderreichs. Das Kinderreich musste umziehen, weil am alten Standort gebaut wird. Und wir für die Zeit der Baustelle von 2016 bis 2019 jetzt hier einen kleinen Unterschlupf gefunden haben. Das Kinderreich ist die Abteilung der drei bis achtjährigen in Begleitung Erwachsener speziell für sie vorbereitet. Die Kinder können im Kinderreich alles Mögliche erleben und machen, was mit Physik und Technik zu tun hat. Unter anderem mechanische Spielereien, Zerspiegel, wir haben eine riesen Gitarre, also Akustik und ganz toll und neu ist unsere Google Bahn Arena. Und da machst du immer so einen Klacken. Und wenn man langsam dreht, dann machst du keinen Klacken. Ah, echt? Und ich hab rausgefunden, von was der Klack kommt. Es wird richtig scharf. Es wird richtig gebündelt. Und? Es ist umgekehrt. Wir machen Aktionen und Workshops eigentlich die ganze Zeit unter der Woche und wollen Wochenende viel öfter mit unseren Workshops ins Museum gehen. Jetzt tauche ich den Schöpfchen ein. So, und jetzt schauen wir mal nach. Und hier habe ich jetzt den ersten guten Papier geschöpft. Und hier habe ich jetzt den ersten guten Papier geschöpft. Jetzt habe ich ihn einfach. Ich bin ein, mein Adel und mein Gott ist ein. Ich liebe es. Wir lieben es. Und hier haben wir, wie viel Spaß auf den fighten. Ich liebe es.